Tralala, die Zauleute sind da. Was ist denn das? Die Sonnensteller ist in Amerika. Da. Oh wow. In Frankfurt unmöglich. Was ist da los bei euch? Es gibt ja alles Lösungen im Leben. Weil ich morgen nach Deutschland fliege. Wenn du das Jahrhundertereignis in Deutschland verpasst hast, gehst du nach Amerika. Nächste Woche werden schon wieder 29 Grad, jetzt haben wir 5 Grad. In Deutschland ist es die Selbstverständlichkeit, wenn sowas passiert, ist es der Vermieter. Zwei Mexikaner. Na, Mexikaner. Tada! Tja, hat sich schon eine Schlange hinter uns übrigens gebildet. Heute H-E-B, dann morgen Führerscheinstelle, dann Flughafen. Gude! Hallo, ich bin ihr Lieben. Da sind wir. Wir sind Mirella und Mike. Und wir sind endlich nach Amerika ausgewaschen. Und wohin genau? Na, Austin. Austin, folgt uns auf unserer Reise durch Amerika, denn es wird spannend. Falls ihr Fragen habt, Kommentare. Peng, peng. Folgt uns. Folgt uns. So, haben wir gedacht, halten wir hier noch bei Sweet Caroline's an. Ehrlich gesagt wissen wir nicht so genau, was es ist. Ob es hier Eis gibt oder Slushy oder whatever. Die Leute genießen das. Hier ist immer eine Schlange, so in Richtung Feierarbeit. Ich bin mal gefahren, aber habe ihn nicht angehalten. Ja, genau. Und jetzt wollen wir es auch mal ausprobieren. Was ist denn das? Wir zeigen es euch, würde ich sagen. Okay, also sie war gerade voll nett und hat uns alles erklärt, weil wir haben hier nicht mehr gesehen, weil wir verstehen überhaupt nichts, was das alles hier ist. Wir haben uns jetzt die Geschmacksrichtungen erklärt und auch ein bisschen was empfohlen. Je nachdem, ob man was eher Säuerliches handelt oder eher was Süßes. Ich habe mir jetzt das Hawaiian-Ring geholt. Ich habe mir so ein Zitronending. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hier voll süß. Regenschirme braucht man natürlich sehr dringend aus. Das ist ja Sommerschirme, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Und so sieht es hier aus. Und jedes Mal, wenn wir zum Feierabend hier vorbeifahren oder so, dann sitzen hier Leute, genießen ihr Leben unter den Eichen. Und es sieht so schön aus. Und da habe ich mir irgendwann vorgenommen, okay, wenn du noch ein bisschen Platz hast in deinem Bauch, dann hältst du mal an und probier es mal aus, was die haben. Wow, also das ist das, was mein Schatz bekommen hat. Ich will nicht, danke. Cherry, Lemon und Lime. Jetzt weiß ich, was es ist. Das ist ein Slushy. Oder? Darf ich schon. Wir wollen ja nicht, dass es irgendwie auskippt. Und der Besitzer ist tatsächlich von New Orleans. Und es scheint in New Orleans eine krasse Mode zu sein. Ist das lecker? Mega. Siehst du es? Sehr frisch. Kommt genau richtig. Wir setzen uns auch gleich dahin in aller Ruhe und genießen ein bisschen den texanischen Sommer. Snowshack. Snowshack. Ah ja, siehst du, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Hier hat sich schon eine Schlange hinter uns übrigens gebildet. Und jetzt wartet, oh, da ist ja auch meine. Thank you. Ja, sehr gut. Da ist meine. Oh, der sieht gut aus. Lass uns irgendwo hin. Wo du willst. Hier. Da hin möchte der Ehemann. Oh, das sieht so süß aus. Das sind so halbe Adirondacks. Da so? Ja. Hammer. Sehr schön. Dann genießen wir, ne? So schön, wie man hier unter den Bäumen sitzt. Schaut mal an die Sonne. Und Mensch, das genießt schon. Meiner ist mit Kokosnuss und Hawaiian Wedding nennt sich meiner. Oh, guck mal, wie genial mein Nagel gerade dazu. Also dieses rote Adirondacks. Ich muss jetzt mal probieren. Ja, probier mal. Ich hab noch gar nicht probiert. Weil deiner ist sauer? Der süß, meiner ist sauer? Ja, genau. Ich hab mir einen süßen geholt. Mh, mega. Specker? Mega. Was hast du genommen? Hawaiian Wedding. Oh, das schmeckt auch so. Mit Kokonat und so. Wow, das ist gut. Ich freu mich. Wir haben uns doch letztens auf der South Congress Avenue dieses Schild geholt. Wir haben den gerade angehangen. Der große Moment. Der ist doch nicht. Wir haben ihn nicht getestet. Wir haben ihn einfach verpackt. Wir haben ihn nicht getestet. Und jetzt wollten wir euch nicht den großen Moment vorenthalten. Und uns auch. Und uns auch. Wir machen das mit euch zusammen. Warte, 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 warte. So, dann hau mal rein. Ja. Oh, ist nicht an wahrscheinlich. So. Ah! Tada! Wie cool das aussieht. Oh mein Gott, das sieht ja cool aus. Ja, ich glaub, der passt richtig gut hier rein. Ja, also wie ihr seht, das Wohnzimmer, das Esszimmer hat noch nicht viel Liebe. Das ist die erste Liebe, die es geschenkt bekommen hat. Ein Teppich fehlt noch. Ein paar Stühle fehlen noch, weil wir nicht alle Stühle haben. Aber wir haben schon mal ein Austin-Zeichen, ja? Bitteschön, bitteschön. Wir fahren vor uns. Wir waren wieder Deko an. Das ist genial. Wir haben uns das schon gewünscht, seitdem wir das gesehen haben. Und ich bin so froh, dass wir das haben. Wir haben uns für Rot entschieden, weil es hier so ein bisschen mehr rustikal werden soll hier drin. Ja, wie bist du zufrieden? Mega. Mega, oder? Ich hab nicht gedacht, dass das so schön ist, weil ich eigentlich dachte, ich erst blau, aber jetzt das Rote sieht schon geil aus. Das sieht mega aus, wenn man hier so reinkommt. Das heißt, dieses Doof ist, ich mag nicht, dass die Lack so da freut. Ja, aber das ist, ja, ich weiß. Aber nachts wird es geil aussehen, weil es hier immer so dunkel, so stockdunkel ist. Also ich glaub, der bleibt wahrscheinlich dauernd. Da werde ich noch eine smarte Steckdose noch machen. Ja, und dann geht er abends an. Hi, Kilian! Austin! Wir sind gerade im Garten. Aber wie ihr seht, der Zaun ist immer noch nicht gemacht. Und haben so eine ganz, ganz eigenartige Sonnenstimmung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf dem Video sieht. Und zwar liegt das daran, dass wir heute Sonnenfinsternis haben. Ich weiß nicht, ob ich das filmen können, werde können, wie auch immer. Aber auf jeden Fall gibt es gleich in ein paar Minuten eine Sonnenfinsternis in Austin. Die Laufbahn der Sonnenfinsternis ist genau über Austin. Wir haben uns jetzt einfach mal in den Garten gestellt und warten drauf. Aber wie gesagt, man sieht jetzt schon, also es ist erst in ein paar Minuten, aber man sieht jetzt schon, dass irgendwie, dass die Sonne so ganz merkwürdig kalt ist. So dunkel. Und es heizt auch nicht. Es wärmt auch nicht. Also es ist richtig kalt. Ich muss mir auch einen Pulli anziehen. Ich bin jetzt voll gespannt, wie das aussehen wird. Ich glaube auch ganz Austin ist gerade am Gucken. Niemand ist auf der Straße unterwegs. Wir haben jetzt keine spezielle Brille, leider. Ich weiß nicht, ob man das sehen können wird. Es sieht nur, also die Kamera, die repariert das sozusagen. Ich versuche mal einzusehen, ne? Vielleicht mit der dreifachen Vergrößer. Wir gucken mal, wieso macht die Kamera das nicht? Verstehe ich nicht. Ne, ne? Ne, leider geht das nicht. Das ist alles, was ich euch zeigen kann. Oh wow, das ist ja fast so. Wow, das ist cool. Und seht ihr, wie komisch die Lichtstimmung ist? Das ist ganz eigenartig. Ja, ganz, ganz anders. Und es ist richtig kalt. Der Himmel, der ist so ein bisschen dunkler als Ost. Und es ist so, als wäre es bewölkt. Es ist aber nicht bewölkt. Wir haben nicht eine einzige Wolke an. Wir haben ja den hier von der TG eigentlich. Oh wow. Siehst du das? Ja, ja, ja. Das ist voll interessant. Dass ich das nicht filmen kann, das ärgert mich. Oh, wie cool. Oder? Ja, mega. Ja, die Kamera kriegt das nicht auf die Reihe, weil es einfach ein Riesenpunkt Sonne ist, Licht ist und fertig. Boah, wie geil. Awesome. Ja, also ich habe es leider probiert für euch zu filmen. Aber die Kamera kriegt das leider, leider, leider nicht hin. Also es ist momentan tatsächlich komplett zu. Es ist wie ein Halbbond momentan, wenn man durch die TV guckt. Aber das kriegt die Kamera nicht hin, leider. Aber glaubt uns, es ist echt fantastisch. Hier unten seht ihr vielleicht die Spiegelung. Ja, die Spiegelung sieht man. Seht ihr hier diese Spiegelung? Von der einen Linse bis hier. Das ist jetzt genau die Form, die jetzt zu sehen ist. Wahnsinn. Seht ihr die Spiegelung hier? Nicht da hinten dieser Fleck, sondern hier diese Spiegelung. Ah, cool. Ich kann es euch doch zeigen. Ist sie dann komplett weg oder ist es einfach nur ein Ring drumherum? Es müsste eigentlich ein Ring drumherum werden. Mega spannend. Ja, das ist mega. Zumal ich ja die Sonnenfinsternis damals 2000... Wann war denn das? 2000 noch was? Ich glaube, das war so 99, 2000 rum. Genau, weil ich musste auf meine Cousins und Cousinen aufpassen. Ich habe die übrigens sehr lieb. Aber dadurch habe ich die Sonnenfinsternis verpasst. Ich musste sie nämlich aus dem Kindergarten abholen. Ihr wisst schon, wer ihr seid, ne? So, das ist jetzt... Seht ihr diese Spiegelung? Das ist zu zeigen mit dem Finger. Und zwar... Hier ist mein Finger. Da. Nase. Ja, ihr Lieben. Und so stehen wir hier mit unseren CDs und versuchen die Sonnenfinsternis. Nicht nur, dass wir versuchen. Das ist übrigens eine CD mit Fotos von unseren Wellis. Wellensittichen. Von 2010. Mega. Das ist Wahnsinn. Das wird immer dunkler hier, immer kälter. Das ist richtig kalt. Und die Stimmung, die Sonnenstimmung, also das Licht ist so kalt. Jetzt ist es gerade noch ein bisschen kurz davor. Aber sag mal, hatten Sie nicht damals gesagt, dass es die nächsten 150 Jahre kein weiteren mehr gibt? Oder? In Deutschland. Es ging um Europa, ne? Es ging um Deutschland. Ja, das passiert, wenn du auswanderst. Ja, ne? Wenn du die Sonnenfinsternis in Europa, die Jahrhundert Sonnenfinsternis verpasst hast, dann wanderst du nach Amerika aus. Wenn du das Jahrhundertereignis in Deutschland verpasst hast, gehst du nach Amerika. So ist es. Es gibt für alles Lösungen im Leben. Genau. Oh, das sieht so stark aus. Wahnsinn. Da ist die Sonne einfach mal weg. Voll cool. Oh, geil. Frischere Regen. Ja, das war die Sonnenfinsternis in Amerika. Die Sonnenfinsternis? Ja, hab ich auch endlich eine gesehen. Wir waren unterwegs und ja, wir konnten es leider diesmal nicht mehr verhindern. Wir sind in einen Cheesecake Factory reingegangen. Da, da sieht man, Cheesecake Factory. Und da der Käbekuchen mein absolutester Lieblingskuchen ist, haben wir uns jetzt was gegönnt. Die sind nicht billig, aber die sind so lecker. Und ich kann es kaum erwarten. Das letzte Mal haben wir einen gegessen in wo? In LA, glaube ich. Vor vier Jahren, ne? Also fünf, vier. Und das war lecker. Wir wissen nicht mehr, wie es geschmeckt hat, aber es war lecker. Es war lecker, das weiß ich noch. Aber ich habe mich diesmal für einen Red Velvet Cheesecake entschieden. Und du hast einen Pineapple. Irgendwas. Abseit dann. Schaut euch das an, wie schön das aussieht. Und ich freue mich, ich backe jetzt einen Kaffee. Ich koche jetzt einen Kaffee. Und trinke schon mal einen Koffee. Wow. Und dann wird mhm, 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 mhm. So. Hier wird der Zaun gemacht. Hallöchen. Guten Morgen. Es ist sehr, sehr kalt in Austin. Für uns sehr ungewohnt im Moment. Wir haben fünf Grad. Morgens um acht. Einen kleinen Spaziegang mit der kleinen Maus. Und heute wird der Zaun gemacht. Das heißt, der Garten wird endlich viel, viel betretbarer. Gerade für unsere kleine Maus. Wir sind mal gespannt, wie lange sie braucht. Also unser Vermieter hat uns gesagt, das wird den ganzen Tag dauern. Je nachdem, ob bei den Temperaturen der Beton auch trocknet, kann es auch ein bisschen länger dauern. Wir wissen jetzt leider gar nicht, ob der ganze Zaun gemacht wird oder nur ein Teil. Quasi der Teil, der kaputt gegangen ist. Dann ist uns im Prinzip eigentlich egal. Aber wäre halt schön, wenn der ganze Zaun einfach mal hübsch und neu ist. Die Wetterverhältnisse ist halt der Wahnsinn. Es hat unfassbar gestürmt die letzten Tage. Es war unfassbar kalt. Wir mussten die Heizung anmachen. Wir haben auch mal das Feuer angemacht. Also unseren Kamin. Nächste Woche werden schon wieder 29 Grad. Jetzt haben wir 5 Grad. Es ist alles so aufregend und neu, dass man das gar nicht einschätzen kann. Deswegen. Ich habe heute meine Wellenstein angezogen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das passiert. Scheri, komm. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Die Zaunleute sind da. Tralala, die Zaunleute sind da. Unsere Familie hat uns heute Morgen, die hätten eigentlich gestern schon kommen müssen. Aber gestern war das Wetter einfach zu schlecht. Und dann hat unser Vermieter heute Morgen gesagt, die sind auf dem Weg. Die waren sogar um 8 Uhr schon. Also kurz vor 8 sind sie schon losgefahren. Vielleicht kann ich euch mal zeigen. Moment. Die sind nämlich jetzt im Garten. Nehmen ab. Ich befürchte leider, dass sie nicht den ganzen Zaun machen. Da. Zack. Hessi, seht ihr die? Moment, ich drehe mal die Kamera um. Da. Wir haben eine Kamera hingestellt und ihr werdet sehen, wie der Zaun aufgebaut wird. Wir waren auch sehr gespannt. Weil diese alten Zäune, die wir bereits haben, die sind so aufgebaut, dass es hier nur Holz gibt. Also es ist keine Metallstangen. Die sind auch nicht in Beton verankert, sondern in Erde. Ja, diesmal waren wir gespannt, ob sie das auch so machen, aber offensichtlich nicht. Also die gießen. Die gießen Beton. Hier fühlt sich einer super wohl. Ja. Währenddessen. Er hat gegessen. Er war draußen. Genau. Du hast ja schon alles angekündigt. Es ist quasi abgemeldet heute. Ja, leider sieht das nicht so aus, als würden sie den ganzen Zaun machen. Ja, schade. Ein bisschen schade. Ich habe mich zu früh gefreut. Ja, ja, ich auch. Ich habe auch gedacht tatsächlich, weil der ist ja auch so schepp, ne? Ja. Ja, der ist auch so schepp. Also der ist schon ein bisschen morsch an manchen Pfosten. Pfosten. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass sie das Ganze austauschen haben. Die Sache ist halt an den ganzen Pfosten, wenn es hier mal regnet, wenn es in Texas mal regnet, dann regnet es. Richtig. Also ich hatte das mal einen, der Autoverkäufer hatte, dass man gesagt, dass wenn es hier regnet, dann regnet es. Wir haben gesagt, ja, ja. Aber es war wirklich so. Und dann ist hier wirklich ein ganzer See. Also man hat das Gefühl, das ist Überschwemmung. Das steht dann auf dem Weilchen. Das heißt, die ganzen Bereiche, die großen Pfosten, die werden dann halt schnell morsch. Die gießen Beton, glaube ich. Dann stecken sie diese Metallstangen da rein. Ja. Aber leider nicht der ganze Zaun, ja. Und das ist schade. Das sind die alle noch absegen. Bei Sturm einfach mal dran wackeln. Genau, genau. Wir warten auf den Sturm und dann sehen wir es auch. Ja, es wird so ein bisschen dann flickig aussehen. Mit dem alten Zaun und dem neuen Zaun. Das ist so ein bisschen Flickenteppich. Aber naja, ist egal. Wir sind happy, dass das endlich passiert. Er hier hätte auch unten drunter laufen können. Erstens. Zweitens. Das war jetzt nicht stabil. Also bei jedem Wind und Regen habe ich mir gedacht, nicht, dass das umkippt. Und generell, das ist halt ein kaputter Zaun, sah auch total assi aus auch von außen. War halt im Garten immer ein bisschen recht unentspannt für uns. Weil wir halt die ganze Zeit schauen mussten, dass er nicht irgendwie abhaut. Richtig. Ich meine, den Garten haben wir nur für ihn geholt. Er ist ja so ein bisschen... Wir holen keinen nicht grillen. Nein, nein, nein. Er ist ja so ein bisschen ein älterer Mann. Ein älterer, junger Mann, sag ich mal. Und nicht immer kann er spazieren. Im Alter möchte man gerne Garten fahren. Im Alter möchte man gerne Garten fahren. Ja, der möchte nicht ein Haus mit einem Garten schilden. Im Alter. Genau. Jedenfalls, wir zeigen euch weiterhin, was mit dem Zaun passiert. Und ihr seht schon bei uns. Deswegen sind wir so gespannt. Wir sitzen dann hier und gucken. Das ist halt unsere Leidenschaft. Wie sind die kleinen Sachen hier. Also wie wird drüben ein Zaun gemacht, wie wird hier ein Zaun gemacht. So Kleinigkeiten. Ja, aber es ist alles spannend. Gleich auch. Also wir stehen halt drauf. Sanieren, renovieren, bauen, das, das. Auch wie das logistisch funktioniert. Ich meine, es sind jetzt zwei mexikanische Mitarbeiter. Mit zwei Mexikaner. Zwei Mexikaner, genau. Und die führen das entsprechend aus. Der Chef war ein Amerikaner, ganz normal. So läuft das dann hier meistens. Gerade bei so dieser Art von Arbeiten. Und auch logistisch. Ich finde sowas immer sehr interessant. Wie ist das gemacht? Welche Autos nehmen sie? Das ist alles anders. Ja, der riesen Truck vorne. Richtig. Auch mit den Wetterbedingungen, wie sie dann auch immer umgehen. Gerade im Sommer, wenn es heiß ist oder jetzt, wenn es kalt ist. Es ist spannend. Die arbeiten viel und hart, die Mexikaner. Es ist so. Die arbeiten viel und sehr schnell vor allem. Genau. Das, was sie hier verdienen, das haben sie wirklich hart verdient. Ja. Jetzt ist aber unser Kaffee fertig. Stimmt. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, sonst reden wir jetzt unendlich. Jetzt hier ist der ganze Zaun. Hier ist der neue Zaun. Wir freuen uns schon. Mit dem ganzen Concrete, also dem Beton. Ja, starkes Auto. Juhu, wir kriegen einen neuen Zaun. Juhu. 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 Fertig. So ihr lieben, die Leute sind fertig. Wir gehen jetzt hin und gucken mal, woher wir es aufsehen. Sind wir gespannt? Die Sonne ist übrigens rausgekommen. Ja, natürlich. Aber wie jetzt rauskommt. Es ist trotzdem sehr, sehr kalt. Es ist ja kalt. Ah, das sieht gut aus. Schaut mal, schaut mal. Cool. Ja, also so sieht es aus, wenn in Amerika ein neuer Zaun gemacht wird. Sieht man auch eher selten, ne? Also ich meine, Neubauten haben das immer, aber wir haben keinen Neubaut. So haben sie es jetzt gebastelt mit so Metallposten. Das haben sie einbetoniert, das haben wir gesehen. Ja, das sind so Kappen, ne? Ja, ja. Geil. Mein Opa hat immer Dosen. Ich habe abgeschnittene Dosen dafür. Oh, das riecht herrlich, ne? Holz. Ja, und das war's. Geil. Wie lange waren sie da? Von um 8 Uhr morgens bis... Bis um 12 Uhr. Zack, pack. Ein bisschen gewartet, bis die Stangen fest waren und dann... Ja. Der Zaun! Der Zaun, tadaaa! Der langersehnte Zaun, jetzt können wir die Maus auch wieder in den Garten unbeaufsichtigt lassen. Ja, so viel dazu. Wir haben einen Zaun. Leider nur bis zur Hälfte. Ja, ach so, ja, genau, genau. Wir haben gehofft, dass sie den ganzen Zaun machen, aber ja, das ist das, was wir vorhin meinten. Hier ist es ja auch schon verrottet, ne? Ich denke mal, das war wahrscheinlich zu teuer, weil unser Vermieter hat gesagt, wenn es nicht zu teuer ist, dann mache ich den ganzen Zaun. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir mal irgendwann vorbeifahren und den von der anderen Seite sehen. Ja, ich finde, der sieht schon ganz toll aus. Ich bin begeistert. Der sieht, der sieht... Tadaaa! Jetzt vielleicht nur noch ein bisschen Pflanzen hier. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Das ist ja, wie ihr wisst, nur ein Mietshaus. Deswegen, wir wollen auch nicht zu viel Geld investieren. Schade, dass nur ein bisschen diese Ecke ist und nicht alles. Aber naja, man kann ja nicht verlangen, dass man ein neues Haus kriegt, ne? Es hat geklappt. Es hat funktioniert. Wir mussten nichts bezahlen. Als das passiert ist, habe ich mich gefragt, wie ist es hier in Amerika? Natürlich, in Deutschland ist es die Selbstverständlichkeit. Wenn sowas passiert, ist es entweder irgendeine Versicherung, die das bezahlt oder halt der Vermieter. Aber es kann ja ganz anders sein. Kann alles anders sein, echt? Es kann alles sein, ne? Es kann auch sein, dass er sagt, euer Problem. Habt ihr kaputt gemacht? Ja, euer Zahn, euer Problem. Keine Ahnung. Es ist genauso in Deutschland praktisch. Er hat sich um sein Eigentum gekümmert und wir mussten nichts machen. Und er war auch sehr nett, hat immer geschrieben, wenn sie kommen, wenn sie verschieben oder wie auch immer. Hat uns up to date gehalten. Da hat er uns geschrieben, gleich morgens, dass die abgesagt haben und dass sie heute kommen. Und heute morgen hat er uns auch gleich geschrieben, die sind auf dem Weg. Also so funktioniert das auch in Amerika. Genau wie im Deutschen. Genau. So ist es. Spar! Das ist voll genial. Wir sind jetzt bei dem UPS toll und mussten printen, weil wir zu Hause, unser Druck auch funktioniert nicht. Warum auch immer. Man geht einfach hier hin, man steckt seine Kreditkarte da rein, dann lockt man sich ein. Und dann kostet, was hat es gekostet? 2,95 Euro wegen der Zeit. Wegen der Zeit und 20 Cent pro Seite. Pro Seite, ja. Und fertig. So sieht es ja aus. Hier kann man quasi alles machen. Das ist voll praktisch, ne? Wie ist denn das früher? Das finde ich geil irgendwie, als man noch ein Internetcafé früher gesehen hat. Ja, ja. Und die Leute müssen sich gar nicht um dich, also sie hat uns das erklärt, wie das geht und fertig. Sie kümmern sich, wenn wir Fragen haben. Richtig, klar. Ja, also nur so ein kleiner Follow-up. Ich finde das immer so fantastisch, wie technologisiert die Amis sind gegenüber uns in Deutschland. Du machst nur die Kreditkarte durch und dann kannst du alles direkt nutzen. Was ich immer wieder erwähnen muss, die sind alles so freundlich. Ja, ja, ja. Auch jetzt gerade, ne? Er hat mir die Tür aufgehalten und auch die Verkäuferin oder die Mitarbeiterin dort. Aber wie technologisiert das ist, ne? Wir so, ja, können wir irgendwas printen? Wir hatten uns vorbereitet mit USB-Stick und allem drum und dran. Sie so, ja, sie gehen da hin, swipen mir ihre Kreditkarte und dann können sie entweder online gehen, aus ihrer E-Mail-Adresse das rausholen oder USB-Stick oder was auch immer so. Wie auch immer sie das wollen. Es hat so 20 Sekunden gedauert und normalerweise, wenn man zum Copyshop in Deutschland geht, ich musste letztens wegen einer A3-Copy von unserer Baugenehmigung, dass da also jemand da bedient wird und, ja. Zack, zack, das war jetzt wirklich noch nicht mal eine Minute. Ja. Wir hatten sogar vergessen zu filmen. Eigentlich wollten wir vorher filmen, aber wir hatten vergessen, weil es einfach so schnell ging. Ja, das ging einfach zu schnell. Und die sind mega freundlich. Mega freundlich. Also wirklich, du gehst manchmal, wenn du einen schlechten Tag hast, du gehst los, triffst auf irgendjemanden und bist gleich gut gelaunt. Ja, das stimmt, ja. Herrlicher Himmel. Ist ein bisschen kühl. Ja. Aber geiles Wetter. Ein bisschen kühl. Der Tag in Texas ist wieder perfekt. Ja, ja. Ist wirklich so. Gut, lass uns losfahren. Wir wollen, aber wir sehen gleich im Auto. Stimmt, ja. Auf. Wir sind nämlich gerade eigentlich auf dem Weg zum AGB. Und zwar ist es so. Moment. Ich pack das mal, ich pack das mal hier weg. Wir sind auf dem Weg zum AGB, weil ich tatsächlich morgen nach Deutschland fliege. Zum ersten Mal nach unserer Auswanderung fliege ich zurück nach Deutschland. Ich sag mal, ich würde nicht sagen, es ist geplant. Es ist aber geplant gewesen. Irgendwo war es dazwischen. Ich fliege wegen unserer Wohnung, die wir fertig gebaut haben oder fertig bauen wollen. Und auch ein paar Sachen noch erledigen, die wir nicht mehr geschafft haben, dadurch, dass wir so schnell ausgewandert sind. Es war alles so rucki zucki. Wir mussten einfach dann alles am Ende so rapprup machen. Wir hatten eigentlich die ganze Zeit vor, das viel früher schon zu machen. Aber es hat sich jetzt Ewigkeiten gezogen. Und jetzt ist der perfekte Moment. Die Baustelle hat sich Ewigkeiten gezogen. Mein Ticket andauernd verschoben. Aber jetzt ist es soweit. Es ist nicht mehr viel zu tun dort. Es ist immer noch nicht fertig. Aber ich habe das Gefühl, ich muss auch mal da sein, um den Leuten auf die Füße zu treten. Weil wenn man nicht da ist, also bei aller Liebe, dann ja. Und wer ist perfekter dazu als du? Ich kann ziemlich nörgeln, wenn ich möchte. Ich kann das zwar auch, aber wirklich. Wirklich. Wenn sie was will, kriegt sie das. Ja. Das stimmt. Ich nörgle die Leute. Ich habe auch keine Scham. Aber darum geht ja gar nicht. Sondern ja, es muss ein paar Sachen. Es muss auch in Empfang genommen werden. Idealerweise mache ich auch ein paar perfekte Fotos. Und dann vermieten wir die Wohnungen. Also suchen schon nach Mietern. Wir werden uns auch mit einer Freundin treffen, die ist Maklerin. Und mal gucken, was sie dazu sagt. Ob wir das so machen. Also wir sind noch nicht sicher. Wo die Reise hingeht. Wo die Reise hingeht. Ob ich das selber vermiete oder tatsächlich auch vielleicht verkaufen. Ist das wirklich eine Option für uns? Wir werden mal schauen. Ich habe gestern unsere Freundin angerufen. Man weiß ja, dass der Markt momentan etwas schwierig ist. Deswegen gab es für uns eigentlich nie eine Option. Ursprünglich haben wir gesagt, wir gehen in Amerika und wir verkaufen sie. Aber als der Markt so total zusammengebrochen ist, haben wir gesagt, naja, gut, muss nicht sein. Wir können sie auch vermieten. Ja, da überlegen wir schon. Aber wir werden sehen. Zu diesem Thema. Ist noch kein Plan. Ist noch kein Plan. Ist noch kein Plan. Ja, genau. Und falls ihr euch wundert, wir sagen Wohnungen, weil wir sie in zwei aufgeteilt haben. Ursprünglich wollten wir in den beiden zusammen quasi selber wohnen. Aber da wir sie vermieten, haben wir uns entschieden sie aufzuteilen. Die Baugenehmigung hat das ursprünglich sowieso das so vorgesehen. Es ist einfacher, kleinere Wohnungen zu vermieten als jetzt eine große Traumwohnung für Familie Fischer. Ich muss noch ein paar Schönheitssachen pushen. Wo sich unser Bauleiter etwas, naja, natürlich überfordert fühlt damit, weil es ist unsere Entscheidung. Er ist nicht der Designer. Genau, er ist nicht der Designer. Wir haben noch ein paar Unterlagen in Deutschland gelassen, die wir nicht mitnehmen konnten aufgrund von Gewichtsproblemen. Die würde ich gerne auch mitgeben. Aber nicht bei uns, sondern bei den Koffern. Ja, bei den Koffern. Wir haben alles mitgenommen, wir haben alles organisiert, wir haben alles gemacht. Aber es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wären wir Hauruck einfach rüber. Und so war es eigentlich auch. Ja, ein bisschen. Deswegen einfach mal kurz noch mal schauen, was haben wir noch da gelassen? Was haben wir gemacht? Ich hatte vor, noch zu meinen Ärzten zu gehen. Mal eine stinknormale Kontrolle beim Frauenarzt, eine stinknormale Kontrolle bei meinem Allgemeinarzt. Und dann hatte ich vor, mir schöne Termine rechtzeitig zu machen. Das ist einfach unmöglich. Mein Allgemeinarzt hat den nächsten Termin in drei Monaten. Meine Frauenärztin sage und schreibe sechs Monaten. Also, ne? Da wird fast schon Kinder geworden. Und dann habe ich noch bei anderen Frauenärzten angerufen, wo ich mal war früher. Genau dieselbe Situation. Also es sind nicht nur unsere Ärzte oder irgendeine Ausnahme, sondern es ist wirklich in Frankfurt unmöglich. Was ist da los bei euch? Ja, ich weiß es. Es ist in Frankfurt momentan unmöglich zum Arzt zu gehen. Ich glaube, es muss einem schon ein Bein abgeschnitten werden. Und dann ist der Blut und dann kommt man schon zum Arzt. Und jetzt fahren wir zum AGB. Wir holen ein paar Leckerlis und ein paar Sachen für Freunde und Verwandte in Germany. Einfach mal ein paar Aufmerksamkeiten. Ihr kennt das ja, wie das ist, wenn Leute aus Amerika kommen. Achso, ja. Und diese Unterlagen, die wir gerade hatten, die waren für den Führerschein. Ja. Das war jemand, der unbedingt die Spur wechseln wollte. Zwei sind gerade vor mir reingefahren. Das ist morgen früh und morgen Nachmittag fliege ich dann. Und dann bleiben meine Jungs allein. Und ich bin dann auch alleine in Deutschland, was mir auch noch nicht widerfahren ist. So oft hängt viel aufeinander und das ist für uns ein bisschen komisch und schwer. Das ist scheiße. Aber das wird schon. Ich mag das gar nicht. Also wir mögen das eigentlich gar nicht wirklich. Dadurch, dass wir immer zusammengearbeitet haben, immer zusammen machen, wir haben zusammen studiert, das ist für uns sehr schwer, wenn einer von uns mal... Wir sind irgendwie zusammengewachsen anscheinend. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute EGB, Hacken, dann morgen Führerscheinstelle, dann Flughafen und dann hoffentlich alles ist gut. Dann hoffentlich Wohnungen vermieten, verkaufen, wie auch immer. Wir nehmen euch auch mit. Vielleicht zeige ich euch die Wohnungen, wenn ihr brav seid. Also ich bin brav, ich will sehen. Wir haben sie nämlich nicht gesehen. Wir haben sie wirklich... Also schon Fotos und so? Ja Fotos, aber Handwerker machen Fotos mit irgendwie, die holen sich die allerschlechtesten Kameras, die es auf dem Markt gibt und dann erst machen sie Fotos. Das ist ja auch normal, die sind ja... das sind ja keine Vlogger, ne? Du musst hier rechts? Ich bin gespannt. Nein, ich glaube du musst... Ich muss raus. Ja, gut. Und jetzt geht's ab zum LGB. Da wären wir. Na geh mal rein. Ach so, am Wagen, ne? Schaut euch mal die Größe von dieser Avocado an. Ich muss sehen, hast du eine Social Security Card? Ich würde sagen, wir haben ein wenig Süßes gekauft. So. Ich hab sie. Wie man sieht.